So, hallo liebe Journalistinnen und Journalisten, herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing zum Thema Desinformation vor der Europawahl. Ich bin Sebastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim Science Media Center und ich freue mich heute mit mir hier Frau Schmidt, Herrn Müller und Herr Jung herzuhaben als Expertinnen und die beiden Experten. Erstmal herzlich willkommen an Sie, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie gleich noch etwas im Detail vor. Die EU-Wahl steht ja jetzt um die Ecke. Am 6. Juni beginnt die Wahlen in einigen Ländern Europas, denn Deutschland und Österreich sind ja am 9. Juni und es gibt wie bei vielen Wahlen in der Vergangenheit auch hier wieder die Befürchtung, dass Desinformationen die Wahl beeinflussen könnte. Die Befürchtungen werden jetzt auch genährt durch die KI-Fortschritte in den letzten Jahren. Also Sprachmodelle könnten jetzt bei der automatisierten Generierung von manipulativen Texten oder auch direkt falschen Texten helfen. Deepfakes bieten natürlich auch offensichtliche Möglichkeiten zur Wahlmanipulation. Man hat ja zum Beispiel gehört, dass das in Indien vor der Wahl wohl viel eingesetzt wurde. Die Frage nach der Wirkung ist dann nochmal eine andere. Und heute wollen wir dann eben besprechen, was sich aus der Forschungsperspektive zu Desinformation sagen lässt und worauf gerade bei dieser Wahl zu achten ist. Bevor ich zum Vorstellen komme, nochmal der Hinweis an Sie, die Journalistinnen und Journalisten. Das Frage-Antwort-Modul von Zoom kennen Sie ja bereits. Wenn Sie jetzt da bitte darüber die Fragen stellen und nicht über den Chat, dann sehen auch mit allen Einstellungen alle Kolleginnen und Kollegen dann die Fragen und dann gibt es da weniger Doppelungen. Genau, also bitte die F&A-Funktion unten nutzen. Genau, dann zu unserer Expertin und den beiden Experten. Ich stelle Sie vor, ich mache es einfach mal in alphabetischer Reihenfolge. Wir haben hier zuerst Prof. Dr. Andreas Jungherr. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Politikwissenschaft, insbesondere digitale Transformation, an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Dr. Philipp Müller ist Vertretungsprofessor am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim. Und Dr. Josefine Schmidt ist wissenschaftliche Koordinatorin am Center for Advanced Internet Studies in Bochum. Genau, und die Expertisen überschneiden sich zum Teil natürlich auch, aber alle forschen eben zu Desinformationen eben aus unterschiedlichen Perspektiven. Also Frau Schmidt kommt eher aus der Medienpsychologie, befasst sich auch mit Themen wie Propaganda und Hassrede. Herr Müller kommt jetzt eher aus der Kommunikationswissenschaft, politischen Kommunikation, befasst sich dann eben auch viel mit der politischen Kommunikation und der Mediennutzung. Der Jungherr kommt eher aus der politischen Soziologie, befasst sich mit Themen wie Politik und Wahlen und eben auch Digitalisierung. Und alle natürlich auch mit dem Desinformationsthema. Dazu habe ich dann eben auch an jede Person eine kurze Eingangsfrage, in der Sie dann anfangs ein bisschen den Stand darlegen können. Und wir fangen an mit Ihnen, Herr Müller, und der Frage, was ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand der Forschung zur Auswirkung von Desinformation aus Wahlen? Was kann man da schon zu sagen? Ja, das ist direkt die Gretchenfrage, würde ich sagen, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, humorisch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Was wir ganz gut wissen ist oder was ganz gut dokumentierbar ist, ist, wie viel Desinformation finden wir auf Social Media Plattformen? Und wie sind da unterschiedliche Accounts und Akteure vernetzt miteinander, die Desinformation verbreiten? Ich glaube, das kann man zusammenfassen als, da ist schon relativ viel. Und es gibt auch einzelne Studien, die Hinweise darauf geben, dass es zu Wahlkampfzeiten natürlich immer ein bisschen mehr wird. Aber grundsätzlich ist da so ein Grundrausch vorhanden, was auch in Nichtwahlkampfzeiten da ist. Dann können wir gut, und da kann sicher Frau Schmidt dann auch mehr zu sagen, mit den psychologischen Experimenten gucken, was passiert, wenn wir Leute quasi zwingen, solche Informationen dann auch anzuschauen. Also die psychologischen Mechanismen, die Verarbeitung und so weiter, die dann losgeht. Wozu wir halt relativ schwer nur Auskunft geben können, ist sozusagen, wie viele Personen im echten Leben eigentlich, in welcher Frequenz wirklich Desinformationen in ihre Social Media Feeds beispielsweise gespült bekommen. Das ist einfach was, wo so ein bisschen der Datenzugang fehlt, weil die Daten eben bei den großen Social Media Plattformen liegen. Und das wäre, glaube ich, sehr, sehr relevant, diese Frage zu beantworten, um letztlich den Einfluss auf Wahlen abschätzen zu können. Also ich glaube, man kann schon Schätzungen abgeben. Also dass Kampagnen stattfinden, ist, denke ich, unstrittig, während Wahlen in westlichen Demokratien, eigentlich in allen westlichen Demokratien. Und inwiefern die dann ein, zwei Prozentpunkte der späteren Wahlergebnisse verschieben können, das lässt sich ein bisschen spekulieren, aber nicht mit letztlicher Sicherheit sagen, würde ich behaupten. Ja, vielen Dank erstmal. Dann Frau Schmidt, ich meine, Herr Müller hat jetzt schon gesagt, hat zu der Unsicherheit schon was gesagt. Die Frage an Sie, warum ist es denn eigentlich so schwierig, die Wirkung von Desinformation zu messen und wie könnte das besser gelingen? Also es gibt diverse Aspekte, die dazu beitragen, dass die genaue Wirkung von Desinformation schwer erfassbar ist. Das ist einerseits die Vielfalt der Informationskanäle, also Desinformationen können sich über ganz unterschiedliche Plattformen und Medien verbreiten. Das macht natürlich die Nachfolger, Verfolgung und Analyse schwer. Noch dazu unterscheiden sich die Plattformen hinsichtlich der Funktionsweise und Architekturen, also beispielsweise der Funktionsweise der zugrunde liegenden Empfehlungssystemen oder auch der Art und Weise, wie Menschen auf diesen Plattformen miteinander interagieren. Und diese Faktoren können dann auch ganz unterschiedliche Effekte bei den Nutzenden hervorrufen. Noch dazu können Nutzen natürlich nicht nur lesen und kommentieren, sondern stoßen natürlich auch mehr oder weniger zufällig auf Informationen, je nachdem in welchem Netzwerk sie sich bewegen und können auch selber zu KreatorInnen von Informationen werden. Dann werden die Desinformationen natürlich auch ganz unterschiedlich rezipiert und interpretiert. Also je nachdem, welche persönlichen Voraussetzungen die Menschen mit sich bringen, welche Einstellungen, politischen Einstellungen sie haben, ob sie ein sogenanntes Conspiracy Mindset mitbringen, reagieren sie ganz unterschiedlich auf die Informationen, was natürlich auch wieder die genaue Wirkung von Desinformation schwierig macht. Also viele Studien zeigen, dass es eben nicht nur die Desinformation an sich ist oder der Kanal, über den sie verbreitet werden, sondern welche Eigenschaften auf Seiten der Lesenden, der Rezipierenden mitgebracht wird. Und dann sind die Effekte natürlich auch sehr komplex. Also manchmal lässt sich die Wirkung auch gar nicht so genau erfassen, weil sie können sich auf Verhaltensänderungen niederschlagen, in Meinungen oder auf Vertrauen in Institutionen. Und manches davon ist gar nicht so direkt und gar nicht mit den Mitteln, die einen als Forschende, wenn man alle ethischen Rahmenbedingungen mit bedenkt, zur Verfügung stehen, messbar sind. Und es gibt sehr große Schwierigkeiten bei der Kausalität. Also manchmal ist es sehr schwierig, direkt zu beweisen, dass eine bestimmte Desinformation eine spezifische Wirkung verursacht hat. Und das eben zusammengenommen mit den individuellen Voraussetzungen auf nutzenden Seite macht das extrem komplex. Es gibt natürlich trotzdem viele Studien, die sich darüber Gedanken machen, wie man die Wirkung von Desinformation sinnvoll erfassen kann. Das passiert zum Beispiel in Experimenten, also wo man sehr kontrolliert Menscheninformationen aussetzt und gucken, welche Wirkung das haben kann. Und dann werden die Reaktionen dieser Menschen in den verschiedenen Gruppen miteinander verglichen. Da stellen sich natürlich auch immer viele ethische Fragen. Also inwiefern darf man Menschen einer bestimmten Desinformation zu Studienzwecken aussetzen? Und auf der anderen, also das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich sind es teilweise sehr artifizielle Situationen. Und in der normalen Welt, in meiner normalen Mediennutzung wirken noch viele andere Einflüsse auf mich, als wenn ich mich zum Beispiel in einem Labor mit einer bestimmten Nachricht auseinandersetze. Also das ist eine Möglichkeit, die ihre Vorteile, aber auch Nachteile mitbringt. Dann wird viel mit Umfragen und Interviews gearbeitet. Da sind natürlich langfristige Studien diejenigen, die einem die Möglichkeit eröffnen, auch Wirkung von Desinformation rauszufinden und auch sich anzuschauen. Aber letztlich, also auch diese Methoden sind auch wieder mit Vor- und Nachteilen behaftet. Und an sich ist keine Methode für sich allein die beste, um die Wirkung von Desinformationen zu messen, sondern im Idealfall kann man natürlich verschiedene Methoden miteinander kombinieren, um beispielsweise auch eine Netzwerkanalyse oder auch zu schauen, wie sich Informationen in sozialen Netzwerken verbreiten, in welche Ecken der sozialen Netzwerke sie reinkommen, wer sie rezipieren und dann wiederum die Reaktionen der Menschen aufgreifen. Aber es gibt auch keine eindeutigen und keine Antworten, einfache Antwort auf diese Frage. Ja, aber vielen Dank erstmal für die Annäherung sozusagen. Herr Jungherr, dann zu Ihnen noch die Frage, wie unterscheidet sich die EU-Wahl denn eigentlich von anderen Wahlen und macht sie das dann mehr oder weniger anfällig für Desinformation? Also die EU-Wahlen sind hauptsächlich für, mein Gefühl ist, für die Betroffenen und für in der Kommunikation arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessant, nicht so richtig in der Gesamtbevölkerung. Also das, was wir generell sehen, ist, dass EU-Wahlen immer mit Schwierigkeiten verbunden sind, generell gesellschaftlich zu mobilisieren, was da natürlich eben ganz unterschiedliche Gründe halt hat. Also dass wir unter Umständen in den Medien auch nicht ausreichend darüber kommunizieren, welche Rolle Europa tatsächlich in unserem Leben spielt, wie stark die Regulierungsaktivität oder Regulierungseinfluss von Europa auf die nationale Politik ist und dass man unter Umständen auch als EU-Politikerin oder Politiker ganz zufrieden ist, dass man nicht ganz so eng gebunden an die öffentliche Meinung ist, wie das jetzt nationalen Politikern passiert. Also wir haben es mit Europawahlen immer mit an sich sehr wichtigen Wahlen zu tun, die langfristige Konsequenzen haben, die aber gleichzeitig eben im Vergleich zu ihrer Bedeutung eben nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die man erwarten sollte, was sich dann auch eben in vergleichsweise niedrigen Wahlbeteiligungsraten halt abbildet und dann natürlich eben kleineren Akteuren oder politischen Akteuren, für die Europa ein asymmetrisch wichtiges Thema ist, eben proportional gesprochen große Chancen bietet. Denn wenn Sie jetzt Anhängerinnen und Anhänger der CDU oder SPD sind, werden Sie wahrscheinlich zur Europawahl nicht ganz so mobilisiert werden oder ganz so aufgerufen werden, wie es jetzt als Anhängerinnen und Anhänger der AfD passiert. Und das heißt dann eben, dass wir eine asymmetrische Mobilisierung haben an den Rändern, die häufig eben unzufrieden mit Europa sind, wie das halt abläuft und dass diejenigen, die an sich am stärksten von Europa profitieren, unverhältnismäßig selten zur Wahl gehen, was dann eben dazu führt, dass unter Umständen europakritische Kräfte einen relativ gesprochen höheren Einfluss bekommen, als es jetzt die reinen Zahlen an Unterstützern tatsächlich rechtfertigen wird. Wir haben hier direkt schon eine Nachfrage zu einem politischen Thema, das ich jetzt auch an Sie direkt stellen würde, Herr Jungherr. Können Sie einzelne Politikfelder identifizieren, in denen eine größere Robustheit gegenüber Desinformation und Polarisierung vorhanden ist als andere? Und welche Faktoren tragen gegebenenfalls zu so einer Robustheit bei? Also ich glaube, die Robustheit gegenüber gezielter Desinformation, also dem Willen von entweder inländischen oder ausländischen Akteuren, Politik zu beeinflussen, hängt davon ab, ob politische Parteien, politische Eliten und Medien eben sich was von der Desinformation versprechen oder nicht. Das heißt also, wenn wir uns die USA anschauen, da haben wir es, also die USA ist das Feld, wo das, glaube ich, am stärksten mit dokumentiert ist. Da sehen wir unter Republikanern schon seit 10, 20 Jahren eine hohe Bereitschaft, sich von dem, was wir jetzt als faktenbasierten Diskurs verstehen würden, loszulösen. Und eben auch, wo politische Eliten bewusst oder unbewusst mit Missinformationen spielen, diese verstärken und den Folgen. Das tun sie nicht, weil sie davon letztlich alle überzeugt sind, sondern das tun sie sich, weil sie davon sich einen taktischen Vorteil erwarten. Das heißt also, dass wir hier, glaube ich, wenn wir über Wirkung von Desinformation sprechen oder der Anfälligkeit von einem System, hängt es immer damit zusammen, wie diszipliniert die wichtigen politischen Akteure, die wichtigen Eliten, der Journalismus eben ist, diese Information abzubremsen oder wie hoch die Bereitwilligkeit ist, diese zu verstärken. Bei Desinformation passiert das häufig im Journalismus, gerade in sehr kommerziell geprägten Mediensystemen. Dass hier eben Desinformationen ganz hervorragend sich dafür eigenen Klicks zu generieren und damit selber halt eben sich zu finanzieren, Sichtbarkeit zu bekommen. Und das hat dann auch eben dazu geführt, dass wir zum Beispiel im amerikanischen Mediensystem eine höhere Bereitschaft haben, eben, sagen wir mal, Big-if-True-Nachrichten aufzugreifen und nochmal zu verstärken. Und insofern würde ich dann immer sagen, wenn wir über diese Effekte halt reden, es kommt immer darauf an, welche politischen Akteure ein Interesse daran haben und halt eben den Freiraum verspüren, sich darauf einzulassen und es zu verstärken. Das führt mich auch direkt zu einer Nachfolgefrage an Herrn Müller. Wir hatten ja jetzt vor einiger Zeit auch ein paar Aussendungen zu dem Thema rausgesandt und da kam immer wieder der Punkt auf, der die Rolle des Journalismus nochmal vorgestellt hat, dass da vielleicht auch, also dass bei aller Info über Desinformationen, die man liest, dass die Verbreitung über traditionelle Quellen immer noch eine viel größere Reichweite hat. Da wollte ich Sie nochmal gerne zu nachfragen. Also was ist denn eigentlich, kann man sagen, was im Mittel so die Reichweite und Relevanz von Social-Media-Posts oder Anzeigen auf sozialen Medien sind und im Vergleich zur journalistischen Weiterverbreitung und welche Rolle würde daraus auch für den Journalismus folgen? Also tatsächlich ist es sehr schwer, was dazu zu sagen, was die Reichweite von Desinformationen jetzt, sei es, dass sie über Anzeigen in Social-Media-Plattformen verbreitet wird oder einfach nur gepostet wird und darauf gesetzt wird, dass Nutzerinnen diesen Accounts einfach selbst folgen, was diese Reichweite angeht. Also es gibt sogenannte Tracking-Studien, die üblicherweise den Browser-Verlauf dokumentieren von Menschen und da kann man eben gucken, wer geht dann tatsächlich auf Webseiten, auf denen Desinformation verbreitet wird. Und da zeigen sich gerade für Deutschland eigentlich in allen Studien, die mir bekannt sind, dass nur sehr geringer Prozentsatz der Personen, die dann daran teilnehmen, also unter 10 Prozent der Leute in einem Untersuchungszeitraum von vielleicht 30 Tagen, dann tatsächlich überhaupt auch nur einmal auf so einer Desinformations-Webseite ankommen. Jetzt ist es aber eben sehr, sehr schwer und mir sind keine Studien dazu bekannt, wirklich zu sagen, für Facebook, für den Facebook-Konzern beispielsweise wäre es wahrscheinlich nicht sehr schwer, aber die rücken diese Daten natürlich nicht raus, wie viele Desinformationen oder wie viele Personen in der Bevölkerung sehen eigentlich regelmäßig, wenn sie durch ihren Feed scrollen auf einer Plattform, tatsächlich Desinformationsinhalte. Das lässt sich sehr, sehr schwer beziffern. Ich würde der Vermutung, die so ein bisschen in ihrer Frage gesteckt hat, durchaus schon zustimmen, dass natürlich Desinformationsinhalte, die vom professionellen Journalismus aufgegriffen werden, immer noch eine erheblich hohe Reichweite einfahren dürften und dass deswegen dem Journalismus eine besondere Verantwortung zukommt. Gleichzeitig ist es aber durchaus so, oder ist zumindest vorstellbar, dass über Social-Media-Plattformen, die gerade, wenn sie jetzt vielleicht nicht so stark sich der EU-Regulierung unterziehen, wie es der Facebook-Konzern mit seinen Plattformen beispielsweise oder vielleicht auch Google mit YouTube macht, also sowas wie Twitter, wo Elon Musk jetzt sozusagen versucht, die Regulierungsvorschriften, oder sie einfach ignoriert, nach dem, was man weiß, oder vielleicht auch Messenger-Dienste, wie Telegram, wo das auch sehr schwierig ist, überhaupt nachzuvollziehen, welche Inhalte werden da gelöscht, wie viel Desinformation da letztlich verbreitet wird. Also es fällt mir schwer zu sagen, das ist jetzt weniger wichtig oder führt zu einer geringeren Verbreitung als der Journalismus. Also da kenne ich einfach tatsächlich keine belastbaren Zahlen dazu. Wie viele Personen beispielsweise der Bevölkerung jetzt über bestimmte Social-Media-Kanäle Desinformationen erhalten. Es gibt Befragungsstudien, wo die Leute gefragt werden, was glauben sie, wie viel Desinformationen sehen sie? Aber das erscheint mir nicht besonders valide. Herr Junge vielleicht? Ja, also vielleicht ergänzend dazu, also ich glaube, was Herr Müller sagt, stimmt natürlich. Aber gleichzeitig haben wir es eben auch, wenn wir jetzt in die USA schauen, also da gibt es sehr spannende Studien von Ellen und Duncan Watts, also Jennifer Ellen und Duncan Watts und Kollegen, wo sie jetzt zum Beispiel auch eine Studie veröffentlicht haben, also wo sie Zugang zu Facebook-Informationen hatten und sich halt angeschaut haben, welche Informationen wie auf Facebook zum Thema Impfung sich verbreitet haben. Und da sehen sie halt letztlich, also wo sie dann tatsächlich eben Quellen von Falschnachrichten in ihrer Reichweite neben normaler Artikel aus normalen Medien legen und da ganz deutlich zeigen, dass die Impfskepsis, die im normalen Journalismus gekommen ist, dass die eben, also mit einem wirklich sehr, sehr hohen Faktor eine höhere Sichtbarkeit erreicht hat auf Facebook als andere Studien. Und ich glaube, bei aller wissenschaftlichen Vorsicht, also was die Effekte und was die Reichweiteneinschätzung betrifft, sollten wir doch halt auch auf die Studien schauen, die es als solche gibt, um mal so eine grobe Einschätzung halt zu treffen. Und auch da ist eine frühere Studie von Ellen und Watts, die halt dort dann tatsächlich eben auch anhand von Checking-Daten halt zeigt, dass nur 14 Prozent also der Media-Diode von einem durchschnittlichen Amerikaner durch Nachricht geprägt ist und nur ein Prozent dann tatsächlich eben von diesen Falschinformationen. Also insofern, was man da, was die Größenordnung betrifft, das kann man bedauern, dass Nachrichten oder politische Informationen als solche eine sehr geringe Reichweite haben unter Menschen, die damit nicht beruflich beschäftigt sind. Aber selbst dann und davon ist dann halt eben diese Falschinformationen eben nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil. Also insofern, ich glaube, bei aller Vorsicht, die vollkommen angemessen ist und bei aller Schwierigkeit, die in den Designs halt ist, sollte man doch eben drüber nachdenken, ob es eine generelle Tendenz gibt. Und ich glaube, die generelle Tendenz deutet eher auf diese geringere und sehr spezifische Reichweite von Desinformationen hin. Ja, danke schön. Wir haben hier eine Frage an Sie, Frau Schmidt. Und zwar, was zeigen denn die von Ihnen erwähnten Studien, wie Desinformation wirkt? Platt gefragt, kann Desinformation jemanden dazu bringen, bei der Wahl das Kreuz an einer ganz bestimmten Stelle zu machen? Ich würde dem noch gerne hinzufügen, was für Effekte kann man denn erwarten von Desinformationen? Also eben wirklich das, was der Journalist angesprochen hat, Leute umstimmen oder eher vom Wählen abhalten? Generelle Skepsis und Politikverdrossenheit, was sind da die Wirkungen? Also ganz grundsätzlich kann man erst mal sagen, dass Desinformationen tendenziell ihre Wirkung in unsicheren oder ja, also in politischer Unsicherheit und gesellschaftlicher Unsicherheit in solchen Zeiten eher entfalten, weil einfach Menschen das Bedürfnis nach sehr klaren Weltbildern haben. Idealerweise gibt es auch eine ganz genaue Einteilung, in Gut und Böse, weil so diese große Herausforderung und Ambiguitätstoleranz mitzubringen, dass manche Dinge einfach nicht einfach erklärbar sind. Und gerade Personen, die sich durch eine geringere Offenheit, ein geringeres Bildungsniveau auszeichnen oder auch Personen mit bestimmten politischen Einstellungen zeigen eine höhere Anfälligkeit für Desinformation und die Konsequenzen, die Desinformationen haben, also sie wirken nicht grundsätzlich bei allen und nicht bei allen gleich, sondern das ist, was ich eingangs auch gesagt habe, eben abhängig davon, was ich als Voraussetzung mitbringe. Sie können aber dazu beitragen, also wenn ich ein bestimmtes Mindset habe und bestimmte Voraussetzungen mitbringe, dass ich noch zusätzlich verunsichert werde, dass sich mein Misstrauen gegenüber traditionellen Nachrichtenmedien oder politischen Institutionen gestärkt wird, indem ich eben diese Desinformation akzeptiere und möglicherweise auch über soziale Medien weiter verbreite. Aber ganz, also im Schnitt kann man immer eher sagen, dass eben bestimmte Voreinstellungen verstärkt werden und ich jetzt, weil ich eine Desinformation, wenn ich sonst keine AfD wähle oder denen irgendwie zugeneigt bin und eine Desinformation von denen lese, jetzt bei der nächsten Wahl AfD ankreuze, das ist relativ unwahrscheinlich. Gut, Dankeschön. Vielleicht noch eine grundlegende Frage, die wir direkt mal reinschießen an Herrn Müller vielleicht. Ein Journalist hatte gefragt, was genau im wissenschaftlichen Sinne überhaupt Desinformation ist, was die wichtigen Merkmale sind. Vielleicht können Sie mal kurz in ein, zwei Minuten die Standarddefinition riechen. Ja, ich glaube, es gibt eigentlich zwei Faktoren, die besonders entscheidende Kriterien sind. Das eine ist die Falschheit der Auskunft oder der Information und das ist natürlich etwas, wo man schon eigentlich stark sortieren kann, weil viele Dinge, die so rumschwirren, vielleicht auch auf Alternativmedien, Webseiten oder in rechtspopulistischen Winkeln der Social Media Plattformen, die würde man vielleicht eher als Verschwörungsnarrative oder als Gerüchte, vielleicht üble Nachrede oder sowas, dann letztlich definieren, aber nachweislich falsch sozusagen im Sinne von, man könnte einen Gegenbeweis antreten zu einer Aussage, das wäre eigentlich ein entscheidendes Kriterium, um solche Desinformationen nennen zu können. Und da, wenn man genauer hinschaut, dann sind tatsächlich viele Aussagen, die Sie jetzt, wenn Sie jetzt auf eine Alternativmedien-Webseite beispielsweise gehen, sind eigentlich gar nicht so leicht nachweislich mit Fakten zu entkräften. Also das ist das eine, Desinformationen im Gegensatz zu Missinformationen würde dann noch eine Intentionalität bedeuten. Also es gibt den breiteren Begriff Missinformationen, unter dem werden alle eben nachweislich falschen Informationen subsummiert und Desinformationen als zusätzliche Engführung würde bedeuten, dass man davon ausgehen muss, dass der Account oder die Quelle, um breiter zu sprechen, die die Information streut, um die Falschheit weiß und das mit Absicht tut. Was natürlich auch schwer nachzuweisen ist. Ja, wir sehen einige Probleme bei der Definition schon, was man da überhaupt runterfallen lässt und wie man das überhaupt nachweist. Das ist natürlich auch noch eine große Frage, die ja auch bei den Kampagnen selbst immer interessant ist. Aber die, ja, also das sehr aktuelle Thema ist natürlich jetzt eine Frage für Sie, Herr Jungherr, der Einfluss von generativer KI. Also da hatten wir jetzt eben die Frage, wie Sie überhaupt grundsätzlich erstmal den Einfluss davon auf Desinformation einschätzen. Also ich meine, ganz grundsätzlich führt generative KI dazu, dass es günstiger wird, Inhalte zu produzieren. Und da generative KI eben probabilistisch arbeitet und eben nicht deterministisch und jetzt sagen wir mal nicht wahrheitsorientiert, sondern eher wahrscheinlichkeitsorientiert, haben Sie da ohnehin schon eine Federquelle, die da potenziell reinkommt. Ich glaube, das Risiko bei generativer KI, also das Risiko kann man auf zwei Ebenen setzen. Auf der einen Seite haben jetzt unter Umständen Akteure, die davor nicht die finanziellen Ressourcen oder das Skillset gehabt haben, um Bilder zu fälschen oder Bilder zu manipulieren, haben die Möglichkeit, über generative KI jetzt attraktiv ausschauende Inhalte zu schaffen, die Sie da in Ihren Netzwerken dann teilen können. Ob die dann immer überzeugend sind oder ob die halt im Wesentlichen dafür geeignet sind, eben genau wie es Herr Müller eben beschrieben hat, dieses Geraune oder wir alle wissen doch, wie die Welt läuft und das illustriert jetzt, wie wir uns die Welt vorstellen. Ob dann die Menschen tatsächlich sagen, ja genau das ist passiert oder ja, das könnte passiert sein, das klingt für mich plausibel, das ist dann glaube ich eben schwierig, wieder in der Wirkungsforschung dann da auseinanderzuziehen. Aber das, was auf alle Fälle passieren kann, ist, dass Akteure, die davor nicht in der Lage waren, eben in der Lage sind, engagierenderes, interessanteres, kontroverseres, stimulierendes Material zu schaffen und in ihren Gruppen zu teilen. Das kann dann entweder eine gesamtgesellschaftliche Sichtbarkeit bekommen, wenn das Ganze dann eben viral geht und aus diesen Gruppen dann sichtbar wird. Aber es reicht allein ja schon, wenn dieses Material innerhalb der Gruppen einen mobilisierenden Faktor hat. Da würde ich aber auch sagen, das hängt jetzt nichts mit der Wahrhaftigkeit des Materials zusammen, sondern es geht einfach darum, dass generative KI hier vielen Menschen Dinge an die Hand gibt, die sie vorher selber nicht machen konnten oder die Kosten senken. Der andere Faktor wäre, wovor auch gewarnt wird, ist, dass jetzt eben das generative KI Akteuren, die ein Interesse daran haben, einen Kommunikationsraum zu stören, also denken sie an eine Situation, die sich entfaltet, wo unklar ist, was genau passiert ist, denken sie an einen Attentat, denken sie an einen möglichen Unfall. Da haben sie dann natürlich die Möglichkeit, mit generativer KI potenziell sehr viel Material zu schaffen, was dann halt gerade für Suchmaschinen hochrelevant erscheint und dann eben in einem bestimmten Zeitfenster eben eine Sichtbarkeit bekommt. Also die Kollegin Dana Void aus den USA hat es was Data Voids genannt, also dass das in diesen Situationen, wo wenig Information vorliegt, aber hohes Interesse ist, das eben für Manipulatoren oder, sagen wir mal, an zielgerichteter Kommunikation und interessierten Akteuren dadurch dann möglich ist, Sichtbarkeit zu bekommen, die sie alleine so nicht bekämen und generative KI kann dabei unterstützen. Ob das dann aber tatsächlich dazu führt, dass diese Informationen eben auch nachgefragt werden oder ob diese Informationen dann auch tatsächlich überzeugend wirken und diese Informationen auch nicht durch einen etablierten Journalismus oder ein etabliertes Mediensystem einordnbar sind, da habe ich dann auch wiederum meine Zweifel. Also ich glaube nicht, dass wir es mit der generativen KI, in diesem Fall mit einem Game Changer zu tun haben, sondern wir haben es generell mit einem Werkzeug zu tun, was in Kommunikation als solche stattfinden wird. Herr Müller noch dazu und vielleicht, Entschuldigung, vielleicht für Sie auch die Follow-up-Frage, dass es ja jüngst diesen OpenAI-Bericht gab, der sich das angeguckt hat mit fünf Operationen, die quasi generative KI von OpenAI verwendet haben für Desinformationskampagnen und OpenAI hat eben gesagt, diese Kampagnen hatten nur eine winzige Reichweite. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Vielleicht können Sie da in Ihrer Ergänzung auch drauf eingehen. Genau, also vielleicht erst eine ganz kurze Ergänzung zu dem, was der Jungherr gesagt hat. Eine Befürchtung, die ja immer so im Raum steht mit diesen Bildfälschungen und diesen sogenannten Deepfake-Videos, ist, dass generative KI dazu beitragen kann, dass Desinformation sozusagen glaubwürdiger und suggestiver wird. Da gibt es jetzt ein paar erste Experimentalstudien wiederum. Also auch wieder, man hat Leute quasi mit Desinformation konfrontiert, erzwungenermaßen sozusagen, sie zum Betrachten sozusagen genötigt und das verglichen mit rein textbasierter Desinformation und diese ersten Studien deuten eher darauf hin, dass jetzt eigentlich der Unterschied in der Wirkung nicht besonders groß ist, ob ich jetzt Leuten ein Deepfake-Video zeige oder eine textliche Desinformation, die den gleichen Inhalt sozusagen hat. Also auch da muss man, glaube ich, dieser Befürchtung, es gab ja auch viel journalistische Aufruhr, sagen wir mal, im Jahr 2023 zu dem Ende der Wahrheit durch generative KI, muss man diesen Befürchtungen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, was natürlich wiederum nicht heißt, dass jetzt in der freien Wildbahn sozusagen nicht vielleicht ein Deepfake-Video dann doch mehr Aufmerksamkeit generiert als eine rein textbasierte Desinformationsmeldung. Also in der Hinsicht könnte ich mir schon vorstellen, dass es die Wirksamkeit von Desinformationen leicht erhöhen kann sozusagen, wenn man eben leicht auch Bild- und Videomaterial generieren kann, weil das natürlich einfach beim Scrollen durch Newsfeeds mehr Aufmerksamkeit erzeugt als reiner Text. Zur Kommunikation von OpenAI muss man natürlich sagen, dass das grundsätzlich eine interessengeleitete Kommunikation ist und dass die natürlich auch sehr auch schon in der Vergangenheit sehr elaboriert kommunizieren und sehr genau wissen, was sie tun sozusagen und durchaus ja auch eine Tendenz dazu haben, strategisch die Bedeutung von generativer KI stark zu reden. Also viele Äußerungen oder Wortmeldungen auch von Sam Altman, dem CEO, in der Vergangenheit deuteten eher darauf oder gingen eher in die Richtung zu unterstreichen, wie groß die Gefahren sind, die mit generativer KI einhergehen. Auch so ein bisschen als Marketing-Tool, glaube ich, um zu zeigen, wie wichtig doch das eigene Produkt ist und wie wirkmächtig doch das eigene Produkt ist. Und ich denke, wenn man vor diesem Hintergrund jetzt diese aktuelle Expertise sozusagen zu generativer KI und Desinformation betrachtet, würde ich die jetzt als gar nicht so falsch einschätzen. Also mir kommt das schon relativ plausibel vor. Man kann natürlich immer sagen, wie arbeiten da mit Beispielfällen in dieser Aussendung? Haben Sie die richtigen Beispielfälle herausgesucht? Gäbe es auch andere? Das lässt sich jetzt natürlich für mich jetzt auf die Schnelle auch nicht überprüfen. Aber es kommt mir jetzt nicht völlig unplausibel vor. Herr Jungherr hat ja vorhin auch schon darauf hingewiesen, dass es auch andere Studienergebnisse gibt, die eher darauf hindeuten, dass jetzt nicht die Social-Media-Plattformen komplett von Desinformationen durchseucht sind. Warum sollte das jetzt bei KI-generierter Desinformationen anders sein? Also das würde ich jetzt nicht als völlig unglaubwürdig einschätzen. Ja, danke erstmal für die Einschätzung. Also ich glaube, Deepfakes, generative KI ist natürlich super spannend. Ich habe allerdings noch ein paar andere Fragen jetzt hier, die auch gestellt wurden. Deswegen würde ich erstmal zum nächsten Thema weitergehen. An Sie, Frau Schmidt, gibt es denn eigentlich oder lassen sich bestimmte Akteure identifizieren, die besonders intensiv mit Desinformationen arbeiten? Und wenn ja, mit welcher Intention? Also bei den Intentionen geht ja darum, einen bestimmten Diskurs zu manipulieren, Zweifel zu streuen an Dingen, die in der Welt passieren. Das kann man, glaube ich, so als allgemeine Ziele fest oder Intention festhalten. Und was wir ja sehen können, ist, also es gibt ganz unterschiedliche Akteure, aber ich glaube, so die am stärksten und sichtbarsten und dazu weiß vielleicht Herr Junger und Herr Müller noch mal mehr, ist, glaube ich, im Moment auch einfach die AfD, die da viel unterwegs ist. Die gehören auch mit zu den Akteuren, die einfach auch generative KI als neue Toolbox, glaube ich, besonders exzessiv nutzen und zeigen, was da auf den unterschiedlichen Arten und Weisen möglich ist, ja nicht nur im Hinblick auf visuelle und audiovisuelle Inhalte, sondern vor allen Dingen auch auf Audio-Inhalte. Das wird ja auch verwendet und das sind, glaube ich, so die, die sichtbar sind und natürlich auch durch unsere Medienberichterstattung besonders, ja auch hervorgehoben werden oder immer wieder auffällt. Also das hat jetzt mit der EU-Wahl nichts zu tun, aber eben der jüngste, nennen wir es Coup von Alice Weidel, eine gefakte Pressemitteilung von Nancy Fazer zu verbreiten und das ist ja auch ein, da geht es ja auch darum, eben Zweifel an der Kompetenz zu säen und eben die Akteure, die, oder die politischen Akteure eben ins schlechte Licht zu ziehen und zu sagen, die können gar nichts, warum machen die eigentlich diesen Job noch? Ja, da haben Sie auch schon ein paar interessante Aspekte vorweg gegriffen, die, glaube ich, eine Antwort auf die nächste Frage sein könnten. Die würde ich an Sie stellen, Herr Müller. Die kritische Nachfrage, gibt es denn überhaupt die Gefahr, dass Desinformation Auswirkungen hat auf das Ergebnis der Europawahl? und falls das nicht so ist, warum betreiben Russland, China und so weiter da offensichtlich so großen Aufwand? Also ich denke, was man auf jeden Fall an der Stelle berücksichtigen muss, ist, dass es kumulative Effekte gibt über einen längeren Zeitraum und wenn dieses permanente Grundrauschen sozusagen existiert, von dem ich vorhin gesprochen habe, von Desinformationsinhalten, dann muss man bedeuten oder verschiebt das Diskurse und Diskursgrenzen innerhalb von Gesellschaften und ich glaube, dass diese Strategie auch von Russland, die jetzt inzwischen ja dann doch relativ gut dokumentiert ist und zutage liegt, auch über finanzielle Verstrickungen mit dem Rechtspopulismus, also es ist ja nicht nur dann quasi Einflussnahme aus oder über russische Accounts oder Trollfarmen selbst, sondern auch auf dem Wege Förderung der innergesellschaftlichen sozusagen demokratiefeindlichen Opposition, wenn man das so nennen will, dann, wenn man alles das zusammen zieht, dann würde ich behaupten, ist die Hauptstrategie sozusagen langfristig Zweifel an der Demokratie zu sehen, langfristig sozusagen von innen heraus die Demokratie so ein bisschen zur Erosion zu bringen und diese langfristigen Effekte erzeugt man, indem man permanent sozusagen Inhalte bereitstellt, immer wieder einspeist in Öffentlichkeitssystemen und das über Jahre oder inzwischen ist es ja fast ein Jahrzehnt hinweg und ich glaube, dass das jetzt in einem Zahlenwert zu beziffern, wenn es jetzt keine solchen Kampagnen in den letzten zehn Jahren gegeben hätte, wo stünde beispielsweise die AfD jetzt eine Wahl umfragen, das lässt sich seriös nicht nicht tun, aber ich würde doch behaupten, also meiner persönlichen Einschätzung nach würde sie wahrscheinlich ein paar Prozentpunkte niedriger stehen. Okay, also weniger die konkrete Auswirkung auf eine Wahl als mehr ein langes, längerer Prozess, der vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen erodiert. Herr Jungherr, Sie hatten eine Ergänzung. Ja, also ich glaube, was da ganz wichtig ist zu sehen, dass ja Staaten wie Russland und China ja nicht mit der Beeinflussung politischer Systeme im digitalen Raum angefangen haben und dass wir natürlich auch nicht eben den Rahmen der tatsächlichen Auswertung oder der Budgets halt sehen, wo da der Schwerpunkt der Einflussnahme ist. Was wir von China wissen, ist, dass China eine enorm hohe Präsenz auch von Human Intelligence zum Beispiel in Bereichen in Ländern wie Taiwan hat und da halt auch eben Einflussnahme stattfindet. Wir wissen aus Österreich, dass die persönlichen Verstrickungen von Parlamentariern mit Russland und Investitionsinteressen sehr hoch sind. In Deutschland beginnen wir oder beginnt der Journalismus in diese Richtung zu recherchieren, zeigt aber noch eine gewisse Zurückhaltung erstaunlicherweise. Also ich würde hier generell sagen, dass die Einflussnahme dieser Länder auf unsere Systeme klar gegeben ist, dass da halt auch eine hohe Naivität, also auch teilweise eine bewusste Naivität die letzten 20, 30 Jahre gegenüber war, aber dass das, was wir digital sehen, eben davon nur einen Bruchteil als solches darstellt und dass, wenn wir eben über die Einflussnahme und über die tatsächliche Wirkung dieser Maßnahmen eben reden wollen, müssen wir diese traditionellen Arten der Einflussnahme sehr viel bewusster in den Blick nehmen. Was es jetzt aber auch eben mit dem Interesse zu tun hat, tatsächlich eben diese Desinformationskampagnen zu steuern, da würde ich auch wieder mal sagen, wenn wir uns die Wirkung, die direkte Wirkung dieser einzelnen Aktivitäten anschauen, dann mag die gering sein, aber das, was eine hohe Wirkung hat, ist die ständige Berichterstattung darüber. Also denken Sie halt an die Berichterstattung über diese 50.000 pro-russischen Accounts, die da mit unglaublicher Cyber-Daten, Data-Science-Kapazität da identifiziert worden sind. Wir wissen bis heute nicht oder in der Berichterstattung dazu ging es immer nur darüber, wie viele Accounts sind das, wie viele Nachrichten haben die gepostet, wie clever waren unsere Spürhunde, die das dann rausgefunden haben. Wir haben aber in der Berichterstattung, jedenfalls nicht, dass mir bewusst wäre, den Versuch gehabt zu sagen, okay, wie viele Leute hat es tatsächlich erreicht, welche Leute hat es erreicht, wer hat es ganz geteilt, hat es die Agenda online beeinflusst, hat es die Medienagenda unter Umständen beeinflusst. Also wir haben nicht versucht, die tatsächliche Reichweite oder Wirkung dieser Aktivitäten einzuschätzen, sondern wir haben nur gesagt, oh, schauen wir mal, der geschickte Russe, was dem hier wieder gelungen ist, unsere Systeme als solche zu beeinflussen. Und da würde ich halt eben auch sagen, dass eben die tatsächliche Wirkung von Desinformation zur Systemdestabilisierung wahrscheinlich gar nicht in der Überzeugung der einzelnen Objekte liegt oder der einzelnen Akteure, sondern darüber liegt, dass die Medienberichterstattung und der Regulator eben darauf so einsteigen und dann halt eben sagen, ah, schaut mal, wir haben hier wieder was gefunden, das ist ja total skandalös, die sind alle wieder falsch informiert, wir müssen da unbedingt was tun. Der Russ hat unsere Wahl gestohlen, der Russ hat den Brexit produziert. Also das führt dann natürlich halt dazu, dass diese Systemunsicherheitsnarrative massiv bestätigt wird. Und ich glaube, da müssen wir halt auch eben sehr, sehr bewusst sein, da muss der Journalismus halt auch eben sehr, sehr viel bewusster darüber sein, was sind denn tatsächlich begründete Risiken oder begründete Ängste, die hier sind, gegen wir, die vorgehen müssen und was ist reiner Alarmismus? In der Experimentalstudie in den USA haben ein Kollege Adrienne Rauchfleisch und ich gezeigt, dass alarmistische Warnungen vor Desinformation, also die Warnungen, nicht die Desinformation selber, eben einen negativen Effekt auf Demokratiezufriedenheit und einen positiven Effekt auf die Unterstützung von restriktiver Regulierung gehabt haben. Das heißt also, dass die Warnung und die stetige Berichterstattung, die rein alarmistisch ist und die Gefahren und die Kompetenzen betont, eben tatsächlich diese demokratieschädigende Wirkung hat, die wir den Desinformationen selber zuschreiben. Erfreulicherweise wäre eine Berichterstattung, was wir dann auch experimentell gezeigt haben, die kontextualisiert, die also sagt, ja, wir haben Gefahren von Desinformationen, aber diese Gefahren sind begrenzt, begrenzte Reichweite, begrenzte Wirkung, haben diese negativen Effekte nicht. Also wir können über Desinformationen reden, ohne die Demokratie zu gefährden, weil wenn wir nur über Desinformationen als eine riesen Gefahr reden, die unsere Demokratie zerstört, dann leisten wir selber die Arbeit der Desinformatoren und erreichen eine sehr, sehr viel höhere Reichweite. Also denken Sie darüber nach, was die Tagesschau, eine Tagesschau-Berichterstattung über diese 50.000 russischen Accounts oder pro-russischen Accounts gehabt hat, welche Reichweite die gehabt hat, welche Wirkung die gehabt hat, unvergleichbar größer als die Wirkung dieser Accounts selber. Und dann haben Sie die Erklärung, warum Russland und China in sowas investieren, weil Sie darauf setzen, dass wir selber, dass unsere Systeme selber diese Aktivitäten verstärken und damit halt eben das Vertrauen in unsere Systeme unterhöhlen. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank. Eine Frage noch an Sie, Frau Schmidt, die jetzt ein bisschen noch ein Follow-up zu dieser aktuellen Diskussion nach der Messung und der Wirkung von Desinformationen ist. Wenn Desinformation so schwer zu messen und nachzuweisen ist, wird der Begriff teilweise auch als Kampfbegriff gegen politische Gegner gebraucht? Ja, es ist, also gerade, weil der ja auch jetzt anlässlich der EU-Wahlen auch viel verwendet und auch eben medial, also das, was Herr Junge und Herr Müller ja eben auch schon angesprochen haben, eben so medial, auch dem viel Bedeutung beigemessen wird, ist das auch wieder ein Kampfbegriff, den Gegner zu diskreditieren. Also das würde ich an der Stelle schon dem zustimmen, dass das so ist und dass es schwer zu messen und nachzuweisen ist, das ist ja gar nicht Gegenstand unserer Berichterstattung. Also in der Berichterstattung oder oft wird ja suggeriert, es hat eine große Auswirkung, es hat eine Konsequenz, es wird groß gemacht und eben die russischen Bots und so weiter und so fort, aber das ebenso diese kritische, einschränkende Tonus findet ja nicht statt. Also wie Herr Junge ja eben gesagt hat, man kann darüber berichten, ohne dass das Ganze zu einer riesengroßen Geschichte und Welle wird und das ist eben die Verantwortung des Journalismus, das eben auch entsprechend einzuordnen und das auch deutlich zu machen. Aber auch das wieder adressiert ja so eine gewisse, auch wieder diese Ambiguitätstoleranz. Man muss es aushalten, dass es eben nicht klar ist, dass es eben nicht einfach ist, dass man nicht genau sagen kann, es hat diese Wirkung und man muss trotzdem vorsichtig sein. und das letztlich ist der Journalismus, wenn es um Klicks geht, muss es manchmal ja auch einfacher sein und dann eben mit so etwas dazu sagen, dass es das eine und das andere gibt, das ist natürlich die große Herausforderung da und die Zusammenhänge, die komplexen Zusammenhänge auch genau und dieser Komplexität darzustellen, das ist in dem Zusammenhang dann natürlich auch notwendig. Ja, genau. Eine weitere Frage, die ich auch noch direkt an Sie stellen würde, Sie müssen ja pünktlich um eins los, bei den anderen hoffe ich vielleicht, dass wir noch ein, zwei Minuten überziehen können, schauen wir dann mal. Sie hatten das eben schon angedeutet mit der Nancy-Feser-Geschichte, mit der Fake-Presse-Mitteilung, gibt es da aktuelle Desinformationskampagnen zur Europawahl, die Sie beobachten und gibt es da eigentlich auch innerhalb der EU-Unterschiede im Level der Verbreitung von Desinformationen, also findet das in manchen Ländern mehr oder eher weniger statt? Ob es in manchen Ländern mehr oder weniger stattfindet, dazu kann ich nicht sagen und ich glaube auch, dass das, also vielleicht können die anderen beiden dazu zu mehr sagen, zu der Verbreitung. Also letztlich ist es so, dass, also damit sich Botschaften verbreiten und auch Anklang finden bei Menschen, müssen die für die Personen relevant sein und insofern sind Desinformationskampagnen schon auch sehr konkret auf einen bestimmten Länderzusammenhang. Also wir werden keine Desinformationskampagnen über andere europäische Länder haben oder die sind für uns, finde ich, von Bedeutung, weil letztlich geht es eben darum, den eigenen Kontext in den Fokus zu rücken, damit es Bedeutung hat für die Menschen. Und konkrete Kampagnen, also da, also ich kann jetzt nur irgendwie so, bin die letzten Tage sehr viel über das Mecklenburg-Vorpommerische Dorf gefahren und habe da viele, viele Wahlplakate gesehen und das sind vielleicht, also ich weiß nicht, ob es im engeren Sinne, ob man es so gut als Desinformation einordnen kann, aber ich finde das schon sehr, das adressiert auch so ein bisschen die Frage für nicht digitale Desinformation, dass da ja auch viele Aspekte aufgegriffen werden, also mir ist da auch wieder nur die AfD und gestern in Thüringen auch die Heimat aufgefallen, die Partei, die Heimat, die dafür mitgeworben hat, den mehr Wohnraum zu schaffen durch Remigration und finde das in Thüringen, einem Land, was jetzt nicht überbevölkert ist und wahrscheinlich auch nicht viele Menschen gibt, die dort leben, die unter den Gedanken der Remigration fallen, fand ich das auch ein interessantes Beispiel dafür eben mit solchen Bildern zu arbeiten, die wieder Unsicherheit bei den Menschen hervorrufen, Bedeutung für sie haben, weil das genau nämlich ihren Lebenskontext und ihre Lebenswelt adressiert, aber doch relativ weit von der Wahrheit und den tatsächlichen Lebensumständen der Menschen in den Ländern konkret spricht. Ja, vielen Dank, da haben Sie ja direkt noch eine weitere Frage auch mit abgegriffen, das ist ja perfekt. Herr Junge, Herr Müller, fallen Ihnen noch irgendwelche aktuellen Kampagnen ein, auf die man jetzt gerade irgendwie achten sollte? Das ist ja auch viel die Rede von dieser Doppelgänger-Kampagne, die ja auch wieder zur Wahl ein bisschen aufgekommen ist, aber wirkt jetzt nicht so, dann würde ich glaube ich mit der nächsten Frage weitermachen. Genau, die geht jetzt auch erstmal an Herrn Müller. Genau, falls die Antwort länger dauert, erstmal nochmal vielen Dank, Frau Schmidt, falls Sie gleich direkt los müssen, damit Sie dann nicht irgendwie das Gespräch nicht unterbrechen müssen. Danke, dass Sie da waren und genau, dann kommen wir zu Herrn Müller. Wie würden Sie denn den Unterschied in der Relevanz von Desinformationen aus Deutschland gegenüber internationaler Desinformationen sehen? Also, was spielt da vor allem in Bezug auf Wahlen in Deutschland die größere Rolle? Also, ich glaube, vor dem Hintergrund ist ein wichtiger Hinweis der von Frau Schmidt vorhin gewesen, dass natürlich jedes politische System sozusagen Spezifika hat in den vielleicht auch traditionellen Themen, die innerhalb des Diskurses besonders stark aufgeladen sind, die bei der Bevölkerung wachrütteln können und dass deswegen natürlich Desinformation, die national zugeschnitten ist, erstmal erfolgsversprechender scheint sozusagen. Gleichzeitig gibt es aber auch Hinweise aus Studien aus der vergangenen Europawahl tatsächlich, dass teilweise Desinformationsbotschaften, die dann auch auf Russland oder russische Akteure zurückgeführt wurden in den Studien, in verschiedenen Sprachen eingesetzt wurden und tatsächlich auch einfach eins zu eins übersetzt dann in verschiedenen nationalen, europäischen Kontexten gelaufen sind. Also dieses Muster scheint es schon zu geben, darauf gibt es Spuren oder darauf gibt es Hinweise in den Daten. Andererseits würde ich aber denken, dass natürlich auch quasi internationale oder staatliche oder unterhalb der staatlichen Oberfläche arbeitende ausländische Einflussversuche natürlich versuchen, eine Regionalisierung der Botschaften sozusagen zu erreichen. Einerseits, indem man die eben tatsächlich produzieren lässt vor Ort von regional arbeitenden sozusagen Influencern beispielsweise, die man da finanziell unterstützt und andererseits aber dann eben vielleicht auch, wenn man sie selbst produzieren lässt in irgendwelchen Content-Fabriken, die dann schon auf den jeweiligen Länderkontext zuzuschneiden. Und auch da fällt es dann halt oft in der Untersuchung solcher Inhalte dann nicht so ganz leicht, die zu attribuieren und genau zu sagen, dieser Desinformationsinhalt kommt jetzt daher, das ist jetzt ein russischer und das ist jetzt ein deutscher Desinformationsinhalt gewesen, eben weil es auf verschiedenen Ebenen diese Verstrickungen gibt, beispielsweise auch alleine im Bereich der Finanzierung. Genau, perfekt. So, dann. Ich glaube, Frau Schmidt ist schon raus. Genau, dankeschön. Herr Junger, ich habe an Sie noch eine Frage und zwar, die Forschung zeigt ja, das hatten Sie ja eben auch schon angesprochen, dass die Posts auf sozialen Medien weniger verfangen als zum Beispiel Berichterstattung von traditionellen Medien, also jetzt tendenziell. Aber journalistische Medien müssen natürlich auch über Themen von gesellschaftlichem Interesse berichten. Das führt dann ja auch oft dazu, dass wir waren gerade bei den Beispielen für nicht-digitale Desinformation und da sind mehr oder weniger politische Aussagen auch von Politikerinnen und Politikern als Beispiel erwähnt worden. Das führt dann eben, dieser journalistische Need darüber zu berichten, führt dann auch dazu, dass oft zum Beispiel suggestive, aber nicht faktisch falsche Aussagen von Politikern verbreitet werden, die dann am Ende trotzdem eine desinformierende in Anführungszeichen Wirkung entfalten. Wie kann man dem denn überhaupt beikommen? Also wie kann man jetzt so ein bisschen das Interesse an einer sinnvollen Desinformationsberichterstattung gegenüber dem Bedarf an Informationen, wie kann man das abwägen? Also ich glaube, wenn wir über Desinformation als ein kommunikatives Werkzeug reden oder ein gesellschaftliches Phänomen, ich glaube, dann kann man in der Berichterstattung eben klar darauf hinweisen, ja, wir sehen diese Kampagnen, ja, wir sehen Akteure in diesen Kampagnen, es gibt gesellschaftliche Akteure, die versuchen das aufzuarbeiten, aber gleichzeitig gibt es eben Fragen und gleichzeitig gibt es Anzeigen, dass halt vielleicht die Wirkung nicht ganz so ist, wie man es als solches dann halt erwartet. Also ich glaube, da ist auch eben die wissenschaftliche Lage oder die Befundlage ist ja vorhanden. also da gibt es eine ganze Menge, was dazu publiziert ist, nicht notwendigerweise nur auf Deutsch, aber das ist, ich glaube, alle Welten, in denen wir uns bewegen. also ich glaube, da kann man in der Berichterstattung ist es sehr wohl möglich, eben auf das Phänomen hinzuweisen, als auch dann halt eben die Wirkung des Phänomens einzuordnen. Nur weil was ist, heißt es noch nicht, dass es eine Wirkung hat. Und ich glaube, darüber kann man reden und das kann man einordnen. Was jetzt um die Rolle von Politikerinnen und Politikern geht, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, gerade im Umgang mit Donald Trump, also die sich dort die US-Medien als solche gestellt haben. Ich glaube, auch da gibt es wahrscheinlich eben graduelle Arten, damit umzugehen. Also es ist ja sehr wohl, es ist ja sehr wohl möglich, eben eine Politikerin oder Politiker zu Wort kommen zu lassen, wenn das eben ihrer Funktion als solche entspricht und dann eben andere Politikerinnen und Politiker zu Wort kommen zu lassen, die das Ganze halt einordnen oder kontextualisieren oder die diese Information dann als solche auf ihren faktischen Bezug in den Kontext setzen. Und da muss man halt auch sagen, dass wenn wir eben über Donald Trump nachdenken, ist gerade die frühe Berichterstattung über Donald Trump in der Primary-Kampagne, das war der Punkt, wo die Medien eben sich bewusst entschieden haben, Donald Trump als einen relevanten Kandidaten zu behandeln, was dann letztlich halt dazu geführt hat, dass der Vorwahlkampf halt eben deutlich stark beeinflusst worden ist. Also da wären durchaus Möglichkeiten gewesen, Trump anders zu kontextualisieren, aber dadurch, dass man halt permanent eben auf dieses Thema aufgesprungen ist, weil er halt auch eben Quoten und Klicks gebracht hat, hat man da dann eben unter Umständen diese Lektionsmöglichkeiten, die einem da gegeben worden sind, nicht genutzt. Später als Präsident ist natürlich dann halt der Freiraum deutlich niedriger, also weil dann natürlich jedes Mal eine Nachrichtenwert mit einer kontroversen Aussage verbunden ist. Aber auch da würde ich sagen, wir sind aktuell in so einer Phase, was auch mal Sorge ist, wenn wir eben permanent über Desinformation reden, dass wir Bürgerinnen und Bürgern eben immer weniger zutrauen. Also wir sprechen letztlich darüber, dass Bürgerinnen und Bürger nicht in der Lage sind, eben aus einer Information was rauszulesen, die einzuordnen, sondern dass sie halt eben so einfach zu manipulieren sind, so einfach zu verführen sind, ich glaube, dass was die Kollegen aus der Klimakommunikation Ihnen mitteilen werden, die seit 30 Jahren versuchen, auf die Gefahren des Klimawandels hinzuweisen, dass die Bürgerinnen und Bürger relativ informationsresilient sind. Also dass die Wirkung von Informationen halt eben doch nicht ganz so einfach ist, wie wir es uns häufig vermuten. Ich glaube, das Kernproblem ist, dass wir es halt eben mit Interessenlagen in der Gesellschaft zu tun haben und Konflikten in der Gesellschaft zu tun haben und einen zunehmenden Druck auf der Gesellschaft zu tun haben, die dann dazu führt, dass halt eben, dass diese Fragmentierung in der Gesellschaft oder der Konflikt deutlicher wird, dass da Menschen anfälliger für werden und dann halt eben auch Narrativen dann wiederholen, die da reinspielen. Aber dann wäre wieder die Ursache für unsere Probleme liegen nicht notwendigerweise in der Information, sondern die Information ist ein Symptom, also zeigt uns letztlich, dass hier was auseinandergegangen ist, also dass wir halt gesellschaftlich hier eingreifen müssen oder dass wir gesellschaftlich adaptieren müssen. und das Problem ist dann nicht, dass diese Information dann zugänglich, also plötzlich dann zugänglich war und dann eine Meinung geändert hätte. Ja, vielen Dank. Eine Frage hätte ich noch und dann ist im Chat auch gerade eine gute Abschlussfrage gekommen. Herr Müller, an Sie noch kurz die Frage da. Worauf sollte man sich bei der Berichterstattung denn jetzt eigentlich fokussieren? Also was sind zum Beispiel wichtige Faktoren, wenn die Wirkung so schwer nachzuweisen ist? Man liest ja oft Angaben, wie diese Anzeigen wurden auf Facebook 200 Millionen Mal gezeichnet. Das ist erstmal eine sehr hohe Zahl. Dann vermutet man automatisch auch irgendwie eine hohe Wirkung, die aber vielleicht nicht immer gegeben ist, weil es geht ja auch darum, wie oft wird es gesehen? Wie wirkt es dann wirklich? Und nicht nur, wie oft wurde es irgendwo im Facebook-Feed angezeigt? Was würden Sie sagen, worauf sollte man sich da fokussieren? Genau, also ich denke, es ist wichtig und es wurde jetzt ja schon mehrfach gesagt, diesen Alarmismus jetzt nicht in den Vordergrund zu rücken. Also wenn man über das Phänomen auf einer übergeordneten Meta-Ebene berichten will, dann sind solche Zahlen natürlich ein Stück weit verlockend zu erwähnen. Gleichzeitig sollte man dann aber vielleicht auch eben die Stimmen oder die Studien zur Kenntnis nehmen, die vielleicht methodisch ein bisschen anders vorgehen und nicht gucken, wie viele Posts finde ich denn, wenn ich auf eine Social-Media-Plattform gehe, die jetzt vielleicht falsch informieren, sondern die, ich habe es jetzt auch selbst schon mehrfach gesagt, schwierige Datenlage, aber doch, da hat Herr Jung ja durchaus recht, es gibt schon empirische Hinweise darauf, wie viel Desinformation findet denn eigentlich tatsächlich bei Verbreitung kommt bei Menschen an und bei wie vielen Menschen, dann ist es doch jetzt nicht so frappierend, das Problem und das sollte man, glaube ich, dann durchaus abwägend gegeneinander in Opposition stellen. Eine andere Frage ist vielleicht, wann sollten Journalistinnen und Journalisten einzelne Falschmeldungen sozusagen debunken, nachrecherchieren, die aufklären und da, ja, hat natürlich die Forschung der letzten Jahre gezeigt, dass jetzt die Effekte von Debunking jetzt nicht allzu groß sind, die man sich erhoffen darf, im Sinne von, dass da wirklich Leute, die dann einer Information oder einer Falschinformation Glauben schenken aufgrund ihrer persönlichen politischen Voreinstellungen oder ihrer grundsätzlichen Empfänglichkeit, dass die, dass die jetzt komplett wieder überzeugt werden können. Dennoch würde ich, würde ich trotzdem sagen, wenn Falschmeldungen im Raum stehen, von denen man durchaus, ja, den Eindruck hat, dass die, dass die viel Aufmerksamkeit erhalten, dann kann so eine Debunking-Berichterstattung jetzt auch nicht so sehr schaden. Es gab mal irgendwie diesen Backfire, Effekt in der Forschungsliteratur als Vermutung. Also je häufiger ein Debunking irgendwo platziert wird, umso stärker ist dann eigentlich der schädliche Effekt der Desinformation, über die da aufgeklärt werden soll. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren eigentlich in den Studien relativiert. Also so viel Schaden kann man mit Debunking nicht anrichten. Und ich würde denken persönlich, dass eben Debunking-Aufklärung auch ein bisschen einfach nur dazu beiträgt, dass die Mehrheitsgesellschaft, die ja immer noch den meisten Desinformationsinhalten negativ gegenüberstellt, dann trotzdem weiterhin ihre Diskursfroheit behält, also sozusagen auch als Rückbestätigung derjenigen, die eben an Desinformation nicht glauben. Schon allein dafür hat das einen demokratischen Wert, dass Debunking betrieben wird. Ja, Sie hatten eben eine gute Überleitung geliefert. Sie hatten gesagt, das Problem ist nicht so frappierend. Das führt jetzt ganz gut zur letzten Frage, die ich gerne an Sie beide stellen würde. Beginnt mit Herrn Jungherr. Kann man also unterm Strich sagen, Desinformation wird die Europawahl nicht beeinflussen? Ich würde sagen, digitale Desinformation wird die Europawahl nicht beeinflussen. Inwieweit jetzt die vermuteten oder nachgewiesenen Verstrickungen von Russland mit dem europäischen Rechtspopulismus da einen Einfluss darauf haben, da wäre ich jetzt nicht ganz so gelassen. Herr Müller? Ich würde mich dem anschließen, will aber trotzdem nochmal den Gedanken repetieren, dass natürlich digitale Desinformation jetzt seit Jahren sozusagen in unsere öffentliche Arena eingespeist wird und dass es sehr, sehr schwer ist jetzt zu sagen, diese oder ja, es ist schwer der Nachweis zu führen, dass diese jahrelange Beeinflussung jetzt nicht dann am Ende dieses Wahlergebnis dann doch irgendwie in einer gewissen Weise beeinflusst. Also dazu müsste vielleicht ein experimentenkontrolliertes Setting haben, wo man die letzten zehn Jahre einmal komplett ohne digitale Desinformation durchlaufen lassen könnte, ist natürlich völlig unrealistisch. Aber ich stimme zu, ich erwarte jetzt auch keine kurzfristigen, massiven Kampagnen, die jetzt komplett die aktuelle Umfragesituation nochmal massiv in irgendwelche anderen Richtungen drehen würden. Das halte ich für unrealistisch. Ja, vielen Dank. Und dann ist jetzt die Zeit auch vorbei. Wir haben auch ein bisschen überzogen. Danke, dass das geklappt hat. Erstmal vielen Dank an Sie beide und an Frau Schmidt natürlich auch, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank auch an die Journalistinnen und Journalisten für die vielen Fragen. Genau, heute werden wir die Aufzeichnung so schnell wie möglich auf unsere Homepage stellen. Voraussichtlich morgen gibt es da auch dann das Transkript. Falls Sie die Audioaufzeichnung, die Videodatei oder heute schon das maschinell erstellte Transkript haben wollen, da findet sich in der Reminder-Mail, die Sie heute morgen bekommen haben, einen Link. Darüber können Sie darauf zugreifen. Genau, dann noch vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Danke auch.